In Deutschland gibt es für meine Familie gute Freizeitmöglichkeiten. Über den Fußballverein von meinem Sohn haben wir viele andere Eltern kennengelernt und auch Freunde gefunden. Ich bin Maschinenbauingenieur und arbeite im Bereich Kältetechnik. Die Firma, für die ich arbeite, stellt Kühlzellen und Kälteaggregate her. Somit können wir unser Eis immer in der richtigen Temperatur genießen. Ich führe Tests im Labor durch und sorge dafür, dass nur Produkte von bester Qualität auf den Markt kommen. Ingenieure mit meinem Fachwissen sind in Deutschland gefragt. Meine Kinder und ich fühlen uns hier sehr wohl. Das macht mich sehr glücklich. Die Deutschen erlebe ich als sehr hilfsbereit. Das gefällt mir. Seit wir hier ein Haus gekauft haben, fühle ich mich in Deutschland wirklich zu Hause. Wir haben sogar Menschen kennengelernt, die für unsere Kinder wie eine Art Ersatzgrosseltern sind. Sie sind ein Teil unserer Familie geworden. Ich habe hier viele Freunde, mit denen ich mich nach der Schule treffe. Und nach den Hausaufgaben gehen wir meistens noch aus dem Unternehmen etwas gemeinsam. Oder wir treffen uns bei mir zu Hause. Und ich finde die Leute sehr nett. Meine Kinder haben die Möglichkeit, später eine zukunftsorientierte Ausbildung zu bekommen. Das Gesundheitssystem ist gut und wir fühlen uns sehr sicher. Es lohnt sich, in Deutschland zu arbeiten, zu leben und zu bleiben. Es lohnt sich, in Deutschland zu leben. Das ist auch, in Deutschland zu leben. Das ist auch, in Deutschland zu leben. Wir haben die Menschen, in Deutschland zu leben. Vielen Dank.